Musik Ach, ich mag überhaupt gar nicht im Fernsehen sein! Musik Ja, herzlich willkommen zu MonoengTV. Wir sind heute in Münster und wir sehen, wir verkaufen, glaube ich, zu wenig Schallplatten. Das ist doch kein Kinderwagen, das ist doch kein Leben. Ich bin Katrin, die vorübergehende Backlinerin. Wieso vorübergehend? Nein. Ich bin die Backlinerin. Genau. Und es ist total toll, noch eine weitere Frau am Bus zu haben. Naja, ich bin ja eigentlich nur neben der Bühne. Ja, aber im Bus bist du auch. Das stimmt. Einfach mal die Frauenquote ein bisschen hochhalten, dass die Männer sich ein bisschen besser benehmen. Das stimmt auf jeden Fall. Ich hörte, also ich kann es ja nicht beurteilen, immer wenn ich dabei bin, bin ich ja dabei. Aber ich hörte, das steigert das, wurde mir gestern gesagt. Stimmt das? Stimmt. Und ich hörte, die Frauenquote wird ja nicht erreicht in jeder Führungsposition. Das ist immer noch zu wenig, deswegen. Sie wäre ein gutes Vorbild. Führungsposition Bekleinerinnen. Sehr gut. Ja!